Und diese Sendungen hier, ja, man kann das als so ein bisschen sehen, vielleicht als so eine Art Vorbereitungskurs auf das, was jetzt kommt. Und wer halt da jetzt aufgepasst hat, der, der wird vielleicht dann halt den Test bestehen. Ja, also, jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Hauptkanal ist ja weg und die ganzen Sendungen von damals sind weg. Ja, aber wir haben ja auch sehr viele Sondersendungen gemacht und ich habe ja auch noch sehr viele Einzelsendungen gemacht, also 2018 auch. Und im Grunde genommen, das Wesentliche, ja, das Wesentliche ist eigentlich nochmal alles angesprochen worden. Okay, halt Richtung Klimawandel, da habe ich jetzt nicht mehr explizit so viel gesagt, aber da kann man sich halt nochmal das Video angucken, hier, konzeptionelle Denkfehler, ja, wie sie uns in einem geistigen Gefängnis halten. Ja, aber ich denke mal, da ist schon einiges drin, ja. Und wenn man halt, es geht halt einfach darum, gewisse Grundprinzipien zu verstehen. Und wenn man die verstanden hat, ja, dann klappt das nicht. Egal, wer jetzt alles kommt danach oder wer dann sagt, ja, wir übernehmen jetzt hier. Das muss ja auch nicht unbedingt ein einziger sein, der da in Erscheinung tritt. Es kann ja auch irgendeine Gruppierung sein, die dann sagt, wir übernehmen jetzt hier, ne, und bla bla oder nach dieser Fake-Revolution oder wie auch immer das alles sein könnte, ja. Ich betone, könnte. Ja, aber wer halt gewisse Dinge nicht verstanden hat, und diese Sachen spreche ich halt auch in dem Video nochmal an, hier dieses Deutschland im Herbst, ein Kommentar zur aktuellen Situation. Da habe ich ja gesagt, man kann ja mal gewisse Fragen stellen, ja. Und, ja, wer diese Dinge halt einfach nicht begriffen hat und nicht begreifen will oder wie auch immer, das sieht halt dann einfach schlecht aus. Der wird doch dann immer wieder auf gewisse Protagonisten reinfallen, ne? Ja. Und einer der wenigen Leute, wo ich sagen muss, wo ich in letzter Zeit da auch noch, ich kann der jetzt nicht alles unterschreiben, aber wo ich sagen muss, dass da doch nochmal ein bisschen was rausgehauen wurde, muss ich sagen, ist tatsächlich, ja, kaum zu glauben, aber tatsächlich Gedanken zur Zeit. Könnt ihr da mal reingucken. Also ich, primär macht er ja hier was auf Facebook halt, ne, aber ich bin halt nicht mehr auf Facebook, schon lange nicht mehr, ab und zu lädt er was hoch und ich gucke da nochmal rein. Und ich muss wirklich sagen, da hat er schon doch gewisse Sachen echt auf den Punkt gebracht, ne? Das ist wirklich geil und sie sagen es den Leuten noch mitten ins Gesicht. Es ist mega geil, ne? Leute, wie heißt der Markus Heinz oder was? Von wegen hier, ja, ja, ihr könntet ja gar nicht einschätzen, ob das Polizeigewalt ist, ne? Da müssen wir ja erst mal Polizist sein oder Jurist oder Soldat oder irgendwas, ne? Ja, das ist schwer einzuschätzen, ne? Wenn man gerade hier die Fresse poliert kriegt von den Bullen. Boah, das kann man ja nicht einschätzen. Naja, sie sagen es euch mitten ins Gesicht. Ja? Und da hat er halt mal ein schönes Video hochgeladen. Ich glaube, das nennt sich dann hier keine weiteren Fragen. Und trotzdem wird das noch alles bejubelt, ne? Ich finde das saugeil. Ja. Oder irgendwelche Leute, die dann, hat er im letzten Video das angesprochen, die dann irgendwie sagen, ja, das habe ich so gelernt in der Bundeswehr, ne? Wie man solche Bewegungen infiltriert oder nicht wortwörtlich, aber ungefähr, also es liegt darauf hinaus, wo auch dann Leute, oh, pass schon, ne? Das habe ich alles, das habe ich alles gesagt. Deutschland im Herbst. Ich habe alles gesagt in der Video, ne? Von wegen. Aber das ist halt einfach, da muss man halt eben durch, ja? Da muss man halt einfach durch. Vielleicht wäre ich früher auch auf solche Leute reingefallen, ne? Ja. Und da sind vielleicht bei euch Leute dabei, die würden die doch verteidigen, wie das Blut. Ja, ich sehe das alles sehr, sehr kritisch, diese ganzen Gruppierungen, die sich da auftun. Aber ich sehe die aus einem völlig anderen Grund kritisch, als es die meisten Leute tun. Ja? Da ist dann immer wieder die Rede davon, ja, die sind ja rechts, oder das ist doch überhaupt nicht die Frage. Ja? So, darum geht es doch gar nicht. Ne? Aber, ja. Aber ich denke wirklich, dass da jetzt, ja auch in diesem patriotischen Spektrum, oder was, ich denke einfach, dass da ganz, ganz viele, das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Also, das ist bei den allermeisten, das ist, die sind da so drin, das ist, ich habe ja das Video hochgeladen hier, äh, äh, im, 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 im. Also, Quatsch, bedingt durch das Schicksal, genau, bedingt durch das Schicksal, die Würfel sind gefallen. Ja, und das habe ich da angesprochen, dass das ja eigentlich schon, ja, das ist echt bei den meisten, nee. Und vor allem, ich denke, die, die Zeit wäre da auch einfach viel zu gering. Ja, selbst wenn man da jetzt, selbst wenn da gewisse Leute sagen würden, die würden da noch umschwenken, oder was, geht halt auch nicht von heute auf morgen. Das ist, es reicht doch nicht, gewisse Dinge nur intellektuell zu begreifen. Das ist, das muss wirklich richtig ankommen. Das dauert manchmal, das kann Jahre dauern. Also, ich denke mal, wer zu der Zeit, wo hier noch ganz viele Sendungen rausgekommen sind, also 2017 oder so, ja, da ist ja wirklich eine nach der anderen gekommen. Ich denke mal so, zu der Zeit, wer da angefangen hat, sich mit gewissen Dingen zu befassen oder so, und der hat eigentlich sehr gute Chancen, also wer damals wirklich angefangen hat, gewisse Dinge zu erkennen, der hat, denke ich, sehr gute Chancen, jetzt heutzutage, dass er eben bestimmte Dinge nicht reinfallen wird, beziehungsweise auch jetzt, ich meine, das ist im Endeffekt, der Käfig wird jetzt zu klein, und jetzt wird halt der neue Käfig aufgebaut, der ist halt viel, viel größer, und dann werden die Leute denken, boah, jetzt bin ich frei. Aber ich will gar nicht in diesem neuen Käfig, sondern ich will einfach weg. Aber die meisten, aber das ist ja auch denen ja gutes Recht, ja, bitteschön. Ja, und ich mache mir da auch gar keine großen Illusionen mehr oder so in der Richtung. No? Vielen Dank.